Der Mai ist gekommen und ich begrüße Sie ganz herzlich zum 1. Mai. Leider fehlt uns wie im letzten Jahr das große Zelt im Mittelpunkt unseres Dorfes, in dem in dem Mai getanzt wird. Der Mai steht unter dem Schutz der Gottesmutter und so möchte ich diesen Schutz nicht nur für unser amtierendes Maikönigspaar, sondern für uns alle herabrufen. Der Allmächtige Gott, höre auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und bewahre uns in diesem Mai und in der kommenden Zeit vor allen möglichen Gefahren. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt ist aber Zeit für den Tanz. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020